Am 7. Oktober an diesem Schabbat ist eine Katastrophe über Israel gekommen. Und tatsächlich wurden etwa 1300 Juden umgebracht und noch viele mehr verletzt. An diesem Tag wurden etwa 2000 Raketen auf Israels Städte abgeschossen. Eine Katastrophe, die so schrecklich ist, dass man in Israel sagt, seit der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg sind nie an einem Tag so viele Juden getötet worden. Es war eine solche Katastrophe, die über Israel gekommen ist, sodass der Staat Israel sogleich in der Folge den Kriegszustand ausgerufen hat und nun gegen die Hamas-Regierung im Gazastreifen vorgehen will. Und jetzt sehen wir, dass Rizbulla im Libanon, Syrien, Irak, Iran drohen in diesen Nahostkrieg einzutreten. Und auch Jemen hat angekündigt, wenn Israel mit Bodentruppen nach Gaza hineingeht, dann werden sie auch in den Krieg eintreten. Ein riesiger Flächenbrand könnte losgehen. Und erstaunlich ist, dass Amerika sofort in einer Art und Weise Israel unterstützt hat, wie das seit langer Zeit nie mehr gesehen wurde, in militärischer Hinsicht. Und zwar ist Amerika bereit, wenn die Hezbollah aus dem Libanon den Krieg eröffnen wird gegen Israel, dann wird Amerika in den Krieg eintreten. Und auch England, Frankreich und Deutschland haben ihre Unterstützung für Israel ausgedrückt. Und was sich hier anbahnt, ist ja eigentlich genau das Szenario, das die Bibel voraussagt für die weitere Zukunft. Und zwar sagt die Bibel voraus, dass der Westen, Offenbarung 13, Vers 1, einen Bund schließen wird mit Israel zur Unterstützung gegen die Gefahr aus dem Norden. Und die tödliche Gefahr wird von Norden kommen. Daniel 11, 14 bis 45 spricht über den Angriff des Königs des Nordens. Und der König des Nordens war in der erfüllten Prophetie Großsyrien. Und zwar das Gebiet von Syrien, Libanon, Irak, Iran, aber auch Afghanistan und noch mehr. Die Blöcke sind da und auch Russland. In Ezekiel 38 wird Russland eine Großmacht erwähnt im äußersten Norden von Israel mit dem Namen Rosh. Das ist Russland, wird dort beschrieben, verbündet mit Iran. Und auch da sehen wir diesen Machtblock, verbündet mit den Feinden Israels heute. Also die Schachfiguren sind aufgestellt. Wir haben heute in der momentanen Situation noch nicht die Erfüllung von dem, was kommen wird. Aber es ist wie eine Generalprobe für das, was nach der Bibel kommen wird. Und zwar in der sogenannten großen Drangsalzzeit. Das wird der letzte und schrecklichste Weltkrieg sein. Und dann wird Jesus Christus als König kommen. Es stellt sich die Frage, was bewegt die Hamas, Juden so zu hassen? Einerseits einfach, weil sie Juden sind. Und es wird einfach aufgerufen, Juden zu schaden, wo sie auch sind. Aber natürlich, aus der Sicht der Hamas, wird behauptet, die Juden hätten das Land, den Araben, gestohlen. Tatsache ist diese, dass dieses Land das Land Israels war seit dem Auszug aus Ägypten. Also vor über 3600 Jahren begann die Präsenz des Volkes Israel in diesem Land. Und das durch die Jahrtausende hindurch. Und sogar in den vergangenen 2000 Jahren der jüdischen Zerstreuung unter allen Völkern, da gab es immer eine jüdische Präsenz im Land. Bis zum heutigen Tag. Es gab nie ein Abreißen des Kontaktes zum Land. Und darum ist es völlig ungerechtfertigt zu sagen, dieses Land gehört nicht den Juden. Denn ganz viele Araber sind ja in den vergangenen 2000 Jahren eben gerade von außen her zugewandert in dieses Gebiet. Und so gäbe es ein Miteinander. Und das hat Israel auch so an der Boten. Wir strecken die Hand zum Frieden aus zu unseren arabischen Nachbarn. Aber damals hieß es, nein. Nein, wir vernichten die Juden. Und so geht das mit der Hamas weiter. Sie anerkennt nicht, dass das jüdische Volk ein Recht hat, in diesem Land zu leben. Aber die Bibel sagt, dass Gott Israel dieses Land gegeben hat. Aber Hezekiel 48 sagt auch, dass eben solche, die keine Israeliten sind, aber in diesem Land gelebt haben und Söhne gezeugt haben, dass die auch ein Anrecht haben, in diesem Land zu leben. Davon spricht Hezekiel 47, 48 und zeigt eine ganz andere Sicht, eben eine Sicht von friedlicher Koexistenz. Und das will die Hamas um keinen Preis akzeptieren. Es kam ja nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass eine unglaubliche Wende geschehen konnte. Und zwar bereits am 14. Mai 1948 wurde es durch Erlaubnis der UNO, die eben unter dem tiefen Eindruck der Judenvernichtung in Europa bereit war, grünes Licht zu geben für einen Staat. So wurde es für Juden möglich, den Staat Israel zu gründen am 14. Mai 1948. Aber die arabischen Nachbarn hatten gesagt, nie und nimmer darf es einen Judenstaat geben. Und so haben sie den totalen Krieg eingeleitet. In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai, es ging darum, Israel auszulöschen, alle Juden umzubringen. Aber in diesem Krieg 1948, 1949 hat schließlich Israel überlebt. Und die arabischen Nachbarn haben das schockiert zur Kenntnis genommen, dass es ihnen nicht möglich war, trotz einer gewaltigen militärischen Übermacht, neun Armeen kamen damals insgesamt gegen Israel. Sie haben es nicht geschafft, Israel zu vernichten. Und so hat man gesagt, man muss das später machen. Also der Hass gegen Israel ging weiter. Und die Sowjetunion hat die arabischen Nachbarn aufgerüstet mit modernen Waffen, sodass 1967 die Überzeugung kam, jetzt werden wir es schaffen. Israel kann man jetzt vernichten. Und so kam es zum Sechstagekrieg. Israel hat wieder überlebt und kam als Sieger aus diesem Krieg hervor. Und so haben die arabischen Nachbarn gesagt, wir müssen das später machen. Und dieses später war dann 1973 am Yom Kippur, wurde ein Überraschungskrieg gestartet, ein dritter Versuch, um Israel von der Landkarte auszulöschen, das jüdische Volk in Israel zu vernichten. Aber auch dort endete es damit, dass Israel überlebte. Aber wir sehen, dieser Hass gegen Israel geht weiter bis zum heutigen Tag. Auch dieser schreckliche Terrorangriff am 7. Oktober zeigt, es sind Menschen da, die hassen Juden, einfach weil sie Juden sind. Und da stellt sich die Frage, was sagt die Bibel dazu? Nun, in Psalm 83 finden wir diese Sprache des Judenhasses prophezeit für die Endzeit. Psalm 83 ist ein Endzeitpsalm. Und dort sprechen die Feinde in Vers 5. Kommt und lasst uns sie vertilgen, damit sie keine Nation mehr seien, damit nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Genau diese Sprache wurde gesprochen 1948, 1967 und 1973. Und die Hamas spricht diese Sprache noch heute. Die Bibel spricht über den Gaza-Streifen, ganz ausdrücklich. Wenn wir abschlagen in Hesekiel 25, Vers 15. So spricht der Herr der Ewige, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben, mit Verachtung der Seele, zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Darum, so spricht der Herr der Ewige, siehe, ich werde meine Hand gegen die Philister ausstrecken und werde die Tehretiter ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Und ich werde durch Züchtigungen des Grimms große Rache an ihnen üben. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Hier wird ausdrücklich der Gaza-Streifen erwähnt. Der Ausdruck an der Küste des Meeres. Dieser Landstrich an der Küste des Meeres. Und es geht hier um die Philister in Vers 15. Das Philisterland im Alten Testament war nämlich genau das Gebiet des Gaza-Streifens. Und darum herum mit den Städten Aschdott, Ekron und so weiter. Also genau dieses Gebiet ist hier im Visier der Prophetie. Und hier wird gesagt, dass ein schreckliches Gericht Gottes über dieses Gebiet kommen wird. Und zwar, Begründung, sie haben mit Rachsucht gehandelt, Rache geübt, mit Verachtung der Seele, hebräisch Nefesh, heißt auch Leben, also Verachtung des Lebens, zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Die Charta der Hamas, der Regierung über den Gaza-Streifen, besagt, dass das Ziel der Hamas ist, die Vernichtung Israels. Genau wie hier. Es ist eine Kultur des Todes. Menschen, die Tod über Juden bringen, werden gefeiert. Und so war es auch nach diesem Terroranschlag am 7. Oktober 1300 Menschen ermordet. Kinder, Jugendliche, Männer, Frauen, alte Leute, geköpft, erschossen, in den Kopf geschossen und verbrannt. Und das wurde gefeiert, indem man Süßigkeiten verteilte in dem Gaza-Streifen. Das ist genau das, was hier gesagt wird, mit Verachtung des Lebens, zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Und darum werde ein besonderes Gericht über die Philister kommen. Und nun eine weitere Stelle. Zephania 2 spricht auch über genau diesen Gaza-Streifen. In Zephania 2, Vers 4 heißt es, Und ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen voller Hirtenzisternen und Kleinfiehhürden werden. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Judah. Sie werden darauf weiden und sich am Abend in den Häusern Aschkalons lagern. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihr annehmen und ihr Schicksal wenden. Diese Prophetie hat begonnen, sich zu erfüllen, 1948. Denn in diesem Vernichtungskrieg gegen Israel, nach der Staatsgründung, da hat sich erfüllt, Aschkalon wird eine Wüste sein. Aschdott, am hellen Mittag, wie man es vertreiben. Und Ekron wird entwurzelt werden. Genau das ist geschehen. Nur, Gaza wurde damals nicht verlassen. Und was im Weiteren beschrieben wird, dass der Landstrich am Meer schließlich ein Weideplatz werden wird, für Kleinfieh, für Schafe und Ziegen, das hat sich noch nicht erfüllt. Und so ist es sehr oft in der biblischen Prophetie, dass eine Prophetie sich über Jahre und Jahrzehnte nach und nach erfüllt. Wir sind im Prozess der endzeitlichen Prophetie. Und dabei ist zu beachten, wenn es heißt in Vers 7, dass Gott sich des jüdischen Volkes wieder annehmen wird und ihr Schicksal wenden wird. Es lohnt sich mit einer Konkurrenz, alle Stellen herauszusuchen im Alten Testament, wo der Ausdruck vorkommt, das Schicksal wenden oder, wie man auch übersetzen kann, die Gefangenschaft wenden. Aber Schicksal wenden ist die bessere Übersetzung. Und da wird man sehen, in allen Stellen geht es um Israel, in der Zeit, wenn das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung wieder heimkehrt, um den Staat zu gründen. Es bezieht sich genau auf unsere Zeit. Außer in einer Stelle, im Buch Hiob. Hiob, der lange furchtbar gelitten hatte, schwer krank war, kam zur inneren Umkehr. Und in Hiob 42 wird gesagt, dass Gott dann seine Gefangenschaft gewendet hat. Eine Illustration für das jüdische Volk, das 2000 Jahre zerstreut unter den Völkern, furchtbar gelitten hat von Judenhass. Aber jetzt ist die Zeit, in der Gott versprochen hat, er wird das Schicksal des jüdischen Volkes wenden. Ich habe ein Buch geschrieben, Leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen. Und da beschreibe ich, wie ab der ersten jüdischen Einwanderung in großer Zahl, 1882 bis heute, bereits 180 Prophezeiungen über Endzeit erfüllt worden sind. Und genau das gleiche im Prinzip können wir heute machen und sehen, oh, Aschkalon, eine Wüste, das ist passiert. Aschdott, am hellen Mittag, wenn man es vertreibt, geschehen. Ekron wird entwurzelt werden, geschehen. Gaza wird verlassen. Oh, im Moment sehen wir, wie Gaza verlassen wird. Ob das schon die definitive Erfüllung sein wird, das werden wir sehen. Aber das muss kommen. Und auch all die weiteren Punkte werden kommen, dass Gott also ein besonderes Gericht bringt. Er sagt nicht, wer es tut in diesen beiden Stellen. Er sagt, dass er Gott dahinter steht und das Gericht bringen wird über den Gaza-Streifen. Und was ist das Hoffnungsvolle dabei? In all dieser Katastrophe, in all diesem Leiden, das Wunderbare ist dieses, wir wissen, Jesus Christus kommt bald. Und diejenigen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Retter kennen, die dürfen wissen, die Entdrückung der Gemeinde, wie Paulus das beschreibt, in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, könnte jeden Tag geschehen. Und manche von diesen endzeitlichen Prophetien, insbesondere die letzte Katastrophe, die große Drangsal, kann erst stattfinden nach der Entdrückung. Und so sind all diese Ereignisse klare Endzeitzeichen, die Christen, echten Christen, die wirklich eine lebendige Beziehung haben zu Jesus Christus, Hoffnung geben. In Lukas 21 sagt der Herr Jesus von den Endzeitzeichen, wenn ihr die seht, dann hebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und die Frage ist eben, bist du bereit? Und wie kann man bereit sein? Man muss sein Leben persönlich mit Gott in Ordnung bringen, um Frieden mit Gott zu haben. Man muss seine persönliche Schuld, Jesus Christus im Gebet bekennen, bereuen und dann erkennen, er hat vor 2000 Jahren am Kreuz stellvertretend dafür gelitten. Gott hat ihn bestraft an unserer Stelle. Und wer das in Anspruch nimmt, der bekommt Frieden mit Gott. Und darum sind all diese Ereignisse eigentlich da, um die Welt aufzuwecken. Um zu sehen, es geht nicht mehr an, dass man weiter schläft. Aber ein ganz wichtiges Anliegen ist es, eben für die Menschen im Nahen Osten zu beten. Und für mich ist das immer etwas Besonderes, wenn ich daran denke, an einen alten Bekannten namens Nofel. Das war ein alter Mann in einer arabischen Gemeinde in Qarjassif, in Galiläa. Der hatte die Menschen im Gazastreifen so am Herzen. Und er ging immer wieder mit dem Taxi runter nach Gaza. Er hat nicht in den Straßen Gazas die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt, sondern privat in den Häusern und hat da gesät. Und auch die Bibelgesellschaft in Gaza City hat über die vergangenen Jahre das Wort Gottes gestreut. Und so gibt es Hoffnung für die Palästinenser. Und wir können beten, dass der Herr diese Saat des Wortes Gottes in den Herzen aufgehen lässt, dass Menschen eben merken, es gibt ewiges Leben. Aber nicht, indem man als sogenannter Märtyrer Juden tötet, sondern indem man das Opfer von Jesus Christus für seine Schuld in Anspruch nimmt. Und so müssen wir beten, dass Menschen in dieser Not beginnen, den Herrn zu suchen. Und genauso in Israel. Und ich möchte noch zum Schluss hinweisen auf Hosea 5, wo der Messias spricht. Hosea 5, Vers 15 Der Messias sagt, ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. Und jetzt in ihr Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und so möge auch diese Not in Israel viele dazu bringen, dass sie den Messias suchen von ganzem Herzen. Jesaja 53 lesen und erkennen, das ist. Wie die alten Rabbiner gesagt haben, der Messias, der für unsere Sünden sterben, leiden sollte als Stellvertreter, damit wir Frieden mit Gott bekommen.